Gepard an IMAX Tiere Natur Selmtenzi Seltsam Kenzi E. Otter de Seltsam Kenzi Der Gepard Gepard, Gepard, Acinonyx jubadus, ist eine hauptsächlich in Afrika verbreitete Katze. Die in ihrem Jagdverhalten hochspezialisierten Geparden gelten als schnellste Landtiere der Welt. Gestalt und Körperbau der Art unterscheiden sich deutlich von anderen Katzen, außerdem weist das Jagdverhalten zahlreiche eher für Kaniden typische Merkmale auf. Daher wird der Art traditionell eine Sonderstellung unter den Katzen eingeräumt. Genetische Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese entwicklungsgeschichtlich nicht gerechtfertigt ist, die nächsten Verwandten des Gepards sind amerikanische Katzen, Pumas. Der Gattungsname Acinonyx kommt aus dem Altgriechischen und besteht aus den Worteilen Atheakinethos, unbeweglich, sowie Onyx, Kralle. Geparde Das Fell des Gepards hat eine gebliche Grundfarbe, wobei die Bauchseite meist deutlich heller ist. Es ist mit schwarzen Flecken übersät, die deutlich kleiner sind als die eines Leoparden und keine Rosetten bilden. Das Gesicht ist dunkler und ungefleckt, trägt aber zwei schwarze Streifen, die von den Augen zu den Mundwinkeln laufen, Tränenstreifen. In Bezug auf die Fleckung ähne der Gepard zwar dem Leoparden, in seiner Gestalt unterscheidet er sich jedoch beträchtlich von diesem wie auch von allen anderen Katzen. Geparde haben extrem lange, dünne Beine und einen sehr schlanken Körper, der dem eines Windhundes sehr ähnelt. Der Kopf ist klein und rund, der Schwanz lang. Die Pfoten tragen dicke, schuppige Sollen, die Krallen sind nur bedingt einziehbar, daher der Gattungsname. Aufgrund seines Körperbaus ist der Gepard das schnellste Landtier der Welt. Er erreicht im Lauf bis 112 Kilometer pro Stunde, kann diese hohe Geschwindigkeit aber nur etwa 400 Meter durchhalten. Die Anatomie des Gepards ist auch in weiteren Punkten auf Schnelligkeit ausgelegt, seine Nasengänge sind erheblich verbreitert, so dass wenig Platz für das Gebiss bleibt, das gegenüber anderen Katzen stark verkleinert und damit eine relativ schwache Waffe ist. Auch Lungen, Bronchien und Nebennieren sind proportional stark vergrößert. Gepard im Ngorongoro-Krater, Tansania, Ostafrika, ein Gepard erreicht eine Kopfrumpflänge von 150 cm, hinzu kommen 70 cm Schwanz. Die Schulterhöhe beträgt 80 cm. Trotz dieser staatlichen Größe bringt er es nur auf ein Gewicht von 60 kg. Nach neueren Untersuchungen gibt es nur zwei Unterarten oder gar nur zwei Populationen, nämlich den afrikanischen und den asiatischen Gepard. Zugleich stellte man eine auffällig niedrige genetische Variabilität mit Inzuchtraten fest, die beinahe denen von Labormausen entsprechen, demzufolge vermutete man, die Geparde könnten auch gegenüber Krankheiten und Umweltveränderungen anfällig sein. Es ist jedoch noch nicht geklärt, ob diese genetische Einförmigkeit in freier Wildbahn einen wesentlichen Nachteil für die Tiere bedeutet. Als weitgehend gesichert gilt, dass man ohne Abstoßungsreaktion Gewebe unter Geparden übertragen kann, etwas, das sonst nur bei genetischer Identität für möglich gehalten wurde, einer Igezwillinge. Durch genetische und immunologische Untersuchungen konnte ermittelt werden, dass die heutigen Geparde wahrscheinlich alle von einer sehr kleinen Stammgruppe abstammen, genetischer Flaschenhals, die vor etwa 10.000 Jahren gelebt hat 1-2 damals starb der amerikanische Gepard aus. Und der gewöhnliche Gepard entging offenbar nur knapp diesem Schicksal. Er breitete sich jedoch in den Savannen Afrikas und Asiens wieder aus und konnte daher bis in unsere Zeit überleben. Diese Untersuchung genießt in Fachkreisen hohes Ansehen und wird mittlerweile als klassisches Beispiel in der Populationsgenetik benutzt. Verbreitungsgebiet und Lebensraum bearbeiten Verbreitungsgebiet des Geparden, hell, ausgestorben, mittel, geringe Bestandsdichten, dunkel, mittlere Bestandsdichten, droht, hohe Bestandsdichten starke Bejagung führte zum Niedergang des asiatischen Geparden. Der Gepard war einst über fast ganz Afrika mit Ausnahme der zentralafrikanischen Waldgebiete verbreitet, außerdem waren Vorderasien die indische Halbinsel und Teile Zentralasiens besiedelt. Heute ist er fast nur noch in Afrika südlich der Sahara anzutreffen. In Asien gibt es winzige Restbestände, die am Rande der Ausrottung stehen, siehe unter Arten. Geparde sind reine Savannen und Steppentiere. Sie bevorzugen Bereiche mit hohem Deckung bietendem Gras und Hügeln als Ausschaupunkten. Zu viele Bäume und Sträucher machen eine Landschaft für Geparde ungeeignet, da sie dort ihre Schnelligkeit nicht ausnutzen können. In Halbwüsten kommen Geparde dagegen gut zurecht, wenn sie genügend Beutetiere finden. Systematik bearbeiten Interne Systematik bearbeiten Mein Unterschied bisher üblicherweise sieben Unterarten des Gepards, von diesen leben fünf in Afrika und zwei in Asien. Alle Unterarten müssen als gefährdet eingestuft werden, besonders bedroht oder bereits ausgestorben, sind die folgenden Unterarten, mittlerer Punkt AJ Heki, Nordwestafrika südlich der Sahara, kleine Restbestände, mittlerer Punkt AJ Venaticus, asiatischer gepaart, einst von Nordafrika nördlich der Sahara über Zentralasien bis Indien verbreitet, heute nur noch Iran. Es gibt Nachschätzung der iranischen Umweltbehörde etwa 60 bis 100 Tiere im Norden des Iran, vor allem im Kavir-Nationalpark, dem Turan-Nationalpark, dem Naibandan-Wildreservat und zwei weiteren Reservaten um die Kavirwüste. Um den Schutz der stark vom Aussterben bedrohten Unterart zu verbessern, wurden einige Tiere mit GPS-Halsbändern ausgestattet, drei die vier weiteren Unterarten sind, mittlerer Punkt AJ Jubadus, südliches Afrika mittlerer Punkt AJ Rheinai, Kenia mittlerer Punkt AJ Ngorongorensis, Ost- und Zentralafrika mittlerer Punkt AJ Sömerengie, West- und Zentralafrika ein Königsgepaart gepaart im Zoo von Singapur als weitere Unterartes gepaarts galt lange der Königsgepaart, ein Tier, dessen Existenz bis 1975 angezweifelt wurde. Die Flecken sind bei ihm zu längs Streifen verschmolzen. Inzwischen steht fest, dass es sich hierbei nicht um eine Unterart, AJ Rex, sondern um eine seltene Mutation handelt, die über ein rezessives Gen vererbt wird. In einem Wurf können sich normal gefleckte Geparde zusammen mit Königsgepaarden befinden. Königsgepaarde sind in ganz Afrika verbreitet, und obwohl sie immer noch große Seltenheit haben, scheint ihre Anzahl in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen zu haben. Biologen beobachten diese Entwicklung mit Interesse, da sie auf eine wachsende genetische Diversität bei den Geparden hinweist. Der Wuppertaler Zoo beherbergt mit dem Weibchen Helen das erste Exemplar eines Königsgepaarden, das in Europa geboren wurde. Helen stammt aus der Zucht des Tiergartens Nürnberg. Externe Systematik bearbeiten Da sich der Gepard morphologisch und anatomisch sehr stark von anderen Raubkatzen unterscheidet, war es bisher üblich, ihn in eine eigene Unterfamilie Azenonichine zustellen und weder den Groß- noch den Kleinkatzen zuzuordnen. Man sah in ihm eine Sonderentwicklung der Katzen, die Geparde in konvergenter Evolution zu Hunden nachvollzogen hatten. Neue genetische Untersuchungen haben aber zu der Erkenntnis geführt, dass der Gepard den anderen Katzen doch nicht so fernsteht und seinen nächsten lebenden Verwandten mit ziemlicher Sicherheit der Puma und der Jaguarum die sein dürften. Der amerikanische Gepard, Mira Zinonyx, des Pleistozens wurde bis vor kurzem für einen nahen Verwandten des rezenten Gepards gehalten. Tatsächlich sieht er diese morphologisch sehr ähnlich. Es scheint sich jedoch vielmehr um eine Schwesterart des Pumas gehandelt zu haben, die sich aufgrund ähnlicher ökologischer Voraussetzungen konvergent zum afrikanisch-asiatischen Gepard entwickelte. Vier. Die ältesten Überreste des modernen Gepards, Ayubadus, stammen aus Afrika, doch wenig später erschien die Art auch in Eurasien. Die europäische Gepardart Azenonyx Pardinensis aus dem Pleistozen war um einiges größer als heutige Geparde. Die letzten Funde dieser Art sind 500.000 Jahre alt und stammen aus den Moosbach-Sanden bei Wiesbaden. Lebensweise bearbeiten Sozialverhalten bearbeiten ein junger Gepard, der auf seiner Mutter liegt. Geparde sind adaktive Tiere. Dadurch vermeiden sie weitgehend Begegnungen mit den eher nachtaktiven Löwen, Leoparden und Tüpfelhyennen, die Geparden leicht die Beute streitig machen können und auch eine große Gefahr für den Nachwuchs darstellen. Sie sind geselliger als die meisten anderen Katzen. Die Weibchen leben meistens allein, mit Ausnahme der Zeit, in der sie junge Fähigkeiten